Matteo, komm doch mal. Hier ist so ein Bodenablauf. Geht da lang. Hi. Matteo, komm doch mal. Geht hier so durch den Keller. Und zwar kommt die Leitung hier irgendwo raus. Leitung breit kein Baum. Wo die Wurzeln herkommen, weiß kein Mensch. An dem Pool vorbei. Hier durch. Und hier ist der Hausanschluss. Von da bis da hinten sind es 20 Meter. Letzte Woche war verstoff, war ich mit der Kamera drin. Und da haben wir eben Wurzeln. Und die will ich wegputzen. Ja, machen wir mal. So, jetzt sehen wir mal einen Gegenfluss. Da habe ich letzte Woche die 7. Und die will ich weg haben. Da. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwie Klopapier, was da hängen geblieben ist. Damit will ich anfangen, das wegzumachen. Jetzt machen wir mal Pause. Was du machen kannst, ist die Rigid vorbereiten. Steck mal rein. Dann fummelt sie da rein. Dann fummelt sie da rein. Dann fummelt sie da rein. So, jetzt schiebst du drin bis ich halt sage. Ja? Und hier musst du entspannen. Schon verlassen. Dann ist die auch nicht. Wenn du hier gemacht hast, wir sollen damit arbeiten. Ich wollte nur die Schwindigkeit, aber kein Drehmoment. So, jetzt schiebst du vor, bis ich Heiz habe. Irgendwann wird er da sein. Stopp, zurück, stopp, und das bisschen jetzt nach vorne, also drehen, nein, nein, Bohrmaschine. Ja, mach, ja, ja, mach, und rein, drehen und reinschieben langsam. Gut, zurück, Wasser fließen lassen, Ausgussbecken aufdrehen. Okay, das wird nur Toilettenpapier gewesen sein. Wasser läuft doch, bist ja schon durch, alles schon erledigt. Dann kannst du wieder rausziehen und dann zu mir kommen alles. Gut. Ich schreie rein, nervt, also hat er mich angerufen. So, und jetzt verhehe ich ein Stück nach vorne. Und dann haben wir schon, nach ein paar Metern, die ersten Wurzeln. Und die wollen wir wegmachen. Ach, wie machen wir das? Ich hätte gesagt, ich stell sie da hin, du kniest dich da hin, so, wisst du. Dann kannst du dann knien und irgendwie kriegen wir das hin. Schiebst du rein? Ja, ich schieb rein. Und dann siehst du ja, guck mal, da ist die Wurzel. Und schon müssen wir halt eben bearbeiten, Stück für Stück. Eigentlich gehen ja große Sachen. Was ist denn? Muss ich loslassen? Ja, komm. Oder ist sie schon? Warte. Du nützt dich auch? Eben. Jetzt sind wir noch mal. Oh. Oh. Und den machst du voll jetzt. Ich brauch die ganze Unwährungssaal. Los? Ja. Den Kicken musst du doch mal Stück für Stück an. Nochmal. Ja, mach. Okay. Dann kann man scheinbar dann nicht so richtig weg. Warte mal, ich drück mal Wasser auf, sonst sehen wir, was. Okay, mach mal. Okay, mach mal. Und viel besser kriegen wir das nicht hin. Warte. Schon ein bisschen mehr. Okay. Hallo? Ja. Noch mal. Dankeschön. Aber was ist denn was? Zucker. Ohne. Ohne. Kaffee. Wie Matteo auch. Mit Zucker. Vielen Dank. Hm. Ganz alt machen. Und nicht auf dem weißen Teppich fällt. So. Mühlt zurück. Mach mal. 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 Wir wollen's ja sowieso alle zwei Jahre machen. Es heißt, wir müssen das Hochrad. Ich weiß ja nicht, ich glaube, ich habe warme Wasser an. Aber wir brauchen das kaltes Wasser. Wenigstens droher ist es auch nicht mehr 10 cm, das könnte schon 12,5 oder 150 cm sein. Wird die Sache natürlich für mich nicht einfacher werden. Nein. Wir brauchen Kaltwasser, ich habe Warmwasser gehabt, da siehst du ja nichts. Dann liegt doof. Ja, mach mal. Cool, oder? Nochmal. Wenn wir mal zurückfahren, dann können wir es ja doofen lassen. Wie geht es jetzt erstmal um die Wurzeln? Ja, das ist doch. Okay. Kann ich? Ja, ja. Also, das wird hochführt. Dann machen wir nochmal kurz. Ja. Ja. Ja, nochmal kurz. Ich sehe noch. Aber du kannst nicht dafür. Nee, nee. Ich bin unter Wasser. Jetzt machen wir auf der Rücktour. Also hier wollen wir nochmal. Und auf der Rücktour. Dann hält es schon wieder fest. Auf der Rücktour irgendeinem Schreudern wir dann aus. Ja, gut. Gut. Möchtest du mal? Möchtest du mal? Möchtest du mal? Okay. Ok, na gut doch, so cool. Ok, na gut doch, so cool. Ok, na gut doch. Ok, na gut. Besser. Besser zum Zoom. Ach, hier ist der Boden. Warte mal, hier ist ein Bogen. Ja, mach mal. Müssen wir aufpassen. Guck mal, oben ist das da schon immer ingenagt. Also oben um 11 Uhr. Aber, wie sieht es gut aus? Zufrieden? War super. Nee, ja zufrieden, weißt du. Sehr zufrieden. Tschüss. Okay. Das ist ja wie neu. Andere Meinung, oder was? Das ist ja Tick-Tock. Hier ist nichts. Ach, sind wir schon bei 10 Meter durch? Ich glaube, da war noch eine bei 16 Meter. Mal gucken. Ah, da ist noch ein bisschen. Okay. Wenn wir schon mal da sind. Okay. Ja, wir sehen besser gleich, wenn das Wasser wieder aus ist. Entschuldigung. Aber was haben wir jetzt? Die nächste Muffe wird jetzt sein. Und mal bei 16 Meter hatte ich meine Karte. Ja, da. Nee, weiter hinten. Da kommt. Unten? Nee, hinten hinten. Kommt noch, ne? Nee, nee, nee. Immer ein bisschen zurück. Da war doch da sowas hier oben. Ach so, nee, war kacke. War kacke. Alles gut. Kacke. Oder Pup. Pup, ja. Ähm, kommen wir grad nicht vorbei. Warte mal. Warte mal. Ach so. Das war aber nicht zu sehen da. Also, ich habe das heute noch gesehen letzte Woche. Puh. Pup, ja. Pup, ja. Pup, ja. Pup, ja. Pup, ja. Pup. Kommt aber nicht an. Ob da noch was drin ist? No. Hier ist doch irgendwas drin. happy birthday to you happy birthday to you happy birthday liebe petra happy birthday to you danke fürs mitmachen stellen wir mal dahin sieht doch schön aus oder könnte ich alle erfreuen so jetzt kannst du papier noch machen werfen jetzt müsste vorbeikommen machst du ein bisschen mehr wie viel papier hast du noch in dem guten batzen das dauert ein bisschen scheinbar und blaues also papier badewanne laufen lassen irgendwann muss ich hier ankommen gleich noch mehr hey matteo very satisfying yes what do you think perfect 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 very good alles gute zum geburtstag schöne wochenende matteo hast du wenig gemacht reichte so dann machen wir das da ruf vorsichtig und nehmen hammerkopf schrauben und weil wir alle zwei jahre ran müssen flügel muttern matthias machst du schon mal die die kerze ist warm die flügel muttern ab erledigt sehen wir uns in zwei jahren abonniere und leiten